Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei New Remastered. Wir sind im UKI-Land und wir sollen Hanzo aufspüren, der zuletzt in Turno gesehen wurde. Wir befinden uns gerade in Turno, glaube ich, und hier vor diesem Tümpel. Ja, der Endgegner ist sehr stark, deswegen müssen wir hier ein bisschen, erstmal hier den Ton leiser machen. Ich sehe nicht gerade, dass es noch viel zu laut ist vom Endgegner. Hallo? Nein? Ach, 56. So. Diese Schildkröten, sie sind sehr zahlreich und wir suchen natürlich noch zwei kleine liebe Kodama-Lines, aber zunächst müssen wir erstmal hier die ganzen Schildkröten rumbringen. Ich sterbe doch jetzt endlich. Nicht doch ich. Ich will nicht sterben. Nein, Niki will nicht sterben. Ich komme gerade nicht klar mit meinen sämtlichen Dingern. Hm, das habe ich jetzt geschnitzelt. Ich habe auch bald keine Paralysiert-Dinger mehr. Ja, gut. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Überall hier könnten kleine süße Kodamas sitzen, einfach so. Das sind natürlich auch mit. Roter Kapper. Okay. Ich gehe mal hier. Ich habe immer noch das Kodama-Gespür ausgerüstet. Ach, Mist, man kann ja gar nicht. Das ist jetzt doof. Das war jetzt immer wieder auch doof. Ey, warum ist der so schnell kaputt gegangen? Okay, Kodama, es ist hier irgendwo einer. Das stimmt, irgendeinen Geheimgang, den ich nicht gefunden habe, wo auf jeden Fall einer drin ist. So, hier haben wir ein Häuschen. Kodama-Häuschen, Rudermodell. Aber wir haben die andere Seite noch nicht gesäubert. Gehen wir zurück. 4 Millionen haben wir. 4 Millionen brauchen wir noch. Das Gute ist, wir haben schon... Oh. Hey, bist du bescheuert? Boah, der war ja jetzt mal Sackgang. Was war mit dem los? Haben wir jetzt hier alle? Wie funktioniert das Kodama-Gespür, bitte? 226 L, so gut. Den kennen wir auch schon. Kennen wir den schon? Wahrscheinlich gerne. Nur mal zurückholen. Machen wir mal das hier. Oh, hier reichen. Oh, hier reichen die. Hey, yo. Das Junge-Kodama? Nee. War aber irgendwo noch ein Blutgrab, hab ich gesehen. Nee. Aber da bekommen wir auch ein wenig... Ach, hier kommen wir gar nicht hoch. Wir müssen da runter. Können wir hier direkt, dass wir hier hoch hängen. Hä? Was machen die denn? Darf mir auf jeden Fall nicht den Rücken zukehren. Das Blöde ist jetzt nur, dass wir uns da durchboxen können bis dahinter. Äh. Hallo, der Herr. Ich empfehle Ihnen eine Kopfbehandlung. Oh. Wir haben keinerlei Schuss mehr. Wir müssen unseren Rundschluss wieder auswählen. Ist besser, das Ding, ja? Kann man nehmen. So, wir müssen uns erstmal unseren Süßen zurückholen. Hä? Hä? Hülllos. Geht mal hier wieder hoch. Ich will die mal abwerfen mit irgendwas. Ah, Mist, jetzt sind sie schon gegangen. Jetzt gehen sie wieder alle ihre Wege. Aha, aha. Wir sind im Kunai. Das ist ja aber riesig. Ah, kann das sein, dass es vom Hans so ein Kunai ist, dass wir hier lang gehen sollen? Ich habe ganz vergessen, wie gefährlich sie eigentlich ist. Oh. Einer noch. Hä, Mist, hat mich schon gesehen. Oh. Oh Ei, ei, ei Wir müssen auch in den Baden gehen. Ich habe das Gefühl, der da wattert auf irgendwas. So, hätten wir das erstmal... Wir versuchen uns mal da unten baden zu gehen. Hier ist der Kunai. Hä, wo kam der denn? Ach, hier. Nein! Liste. 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 Wir sind schon fertig mit uns hier, mit dem Verschrecken. Okay, dann gehen wir mal hier oben lang. Ach, wir sind jetzt hier. Jetzt haben wir es natürlich wütend gemacht, gell? Hier in der Ecke können da ich auch mal wieder mal drüben sein. Das Gute ist, dass die so Reichweite-Dinger sind. Wenn man schnell nah rangeht, dann ist das eigentlich die Sache gebungen. So, hier ist auch niemand mehr. Das haben wir schon ausgeräumert. Ah, wir sind jetzt hier. Bieten wir aber schnell. Okay. Wie viele Opfer haben wir denn? 63 Jahre, da kriegt man nichts hin. Kodama-Segen erhalten. Kodama-Segen erhalten. Einer fehlt uns, glaube ich, noch. Ja, einer. Einer, einer, einer. Okay. Wir können mal schnell nach Jutsu gucken. Feuerschoringen gibt es auch. Das könnte man alles bereit machen hier. Und erhöhen einen wieder. Oh, das war gut. Okay, Vierer könnte man noch machen. Blendschale. Gift. Gift. Gut. Hätten wir das. 525 haben wir noch. Also ein Kodama-Lein haben wir schon gefunden. Hätten noch eins. Hä? Ach ja. Hier sind wieder... Äh, Entschuldigung, der Herr. Du hast deine Fackel fallen lassen. Das ist nicht gut. Wääh. Boah. Was er... Wie er doof ist. Wääh. Oh. Oh, besser mal hier runterfallen. Ach, der ist da oben die ganze Zeit... Leute, lasst mich in euer Haus rein. Oh. Oh. Das geht ja gut an hier. Okay, wir haben wenigstens eins wiedergekriegt. Oh. Ach, er hat mich gesehen. Das ist halt doof, wenn man das benutzt. Ich habe so das Gefühl, das war keine gute Idee. Der müsste doch auch bald keine Kugeln mehr haben. Der hat zwei schon verschossen. Durchschieß nochmal. Geh mal hier lang. Geh dir doch was. Da unten einer im Wasser... Ich habe da... Der hätte mir doch jetzt auffallen müssen. Nee, hier ist keiner mehr. Da muss ja woanders sein, der Kudama. Ich habe da noch mal. So. Ist das hier der letzte, den wir noch haben? Also brennen die Hunde ja alle gut. Guck mal. Wir rennen mal hier wieder in unsere... Du verbrennst doch. Ah. Guck mal hier. Boah! Ganz schön, eine Reichweite, ey. Vielleicht habe ich wieder keine Dings mehr. Halt, so haben wir jetzt hier oben vielleicht. Das mit dem Kodama gespürt, das ist doch kacke. Das bringt doch gar nichts. Ich stand auf... Ach, der andere Kumpel ist vorgerannt, gell? Ah, da ist er. Oh. Oh. wo soll hier noch jemand sein oder habe ich den doch da oben in der festung vergessen aber da sind wir doch nicht überall rumgelaufen das ist immer nur ein geheimnis von dem ich nichts weiß äh so ja da steuern wir mal hier hoch ja hier waren wir schon mal hallo wieder da so jetzt schauen wir mal toll gut bürgkiefer scheiße ich habe es wieder rausgemacht was zum sneaken habe ich nicht keine keinerlei locke da gut dann werden wir erstmal hier dran gehen so ob wir da bringen da wir hier noch einige zeit herumtingeln werden glaube ich wieso sind die da unten sind die schlecht oder ach ja die sind schlecht deswegen sind die da unten dieses amane ding können wir kaputt machen amane dingsbums das hier wieso habe ich denn die ach das war meine eigene selbstgemachte gell die kann auch weg achse urteils kann auch weg die ist ganz cool die behalten wir die sieht cool aus roter kappa kaputu heike rüstung jataka raso rüstung doch weg des ostens oh ok das kommt auch alles weg da vielleicht ich weiß nicht ob wir ein level zusammen bekommen wäre halt cool aber vielleicht kriegen wir auch wieder ein paar geistersteine das wäre ja auch was schönes und dann können wir aber voll viel ja wir haben auch einiges an geld dann wieder zubekommen wir können das natürlich alles verkaufen können auch die nächste scharte dann verkaufen diese ganzen blutgräber die sind halt ganz cool um ja so grünes zeug zu kriegen was kein plus hat habe ich überhaupt diese millionen zusammen nee ich habe nicht mal eine millionen zusammen mit dem zeug am rieter gespür welcher war in unserem medizinbehälter der hier oder den haben wir gerade drin ich habe das kudama gespür gar nicht ausgerüstet ach doch den habe ich doch ausgerüstet kudama gespür ach elixiereffekt ja gut dann kann der eigentlich weg wenn wir jetzt hier oben mit unserem gift das kudama gespür auch weg oh entparalysierende nadel kleiner fall oh und 22 elixiere das aber schön das hier war jetzt unser feindrad da genau ja schade dass wir hier nicht direkt wie gesagt da hin gehen können zum guten moderne Frau Tomoe. Wissen Sie nicht, Tomoe? So, mal schnell. Gedingsbund. Jetzt können wir wieder unsere Pfeil auslööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Entschuldigung, kommen Sie bitte hier hoch? Oh, ey. Boah. Nein! Der hat mein Tier ausgelöst. Scheiße. Das war ja gar nicht so geplant. Ich gehe mal hier hoch. Ja, toll. Ja. Oh. Oh. Das vergesse ich irgendwie immer. Jetzt habe ich wieder Angst. Ach Gottchen. Ja. Gut. Dann machen wir hier wieder zurück in die andere Richtung. Weil scheinbar habe ich ja hier doch wieder alles gemacht. Also, was mich jetzt ein bisschen wundert, dass es wieder hier kein Guter Hammer ist. Ja, egal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Und bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020